Kennen Sie das auch? Angelaufene Flächen nach dem Schweißen? Unansehnliche Zunder und Oxidschichten? Riefen, Kratzer oder Unebenheiten auf Werkstücken? Dann testen Sie den Schleif- und Polierfliesteller Spektro von Technolit. Dieser Schleif- und Polierfliesteller entfernt effektiv Anlauffarben. Er ist sehr gut geeignet zum Reinigen, Einebenen sowie zum Entgraten und ermöglicht problemloses Schleifen, Polieren und Finischen der Oberflächen. Mehrlagig verpresste Faserfließschichten in 12 mm Segmentstärke gewährleisten extrem lange Standzeiten. Der Schleif-Teller Spektro ist hervorragend geeignet zum Bearbeiten von Edelstählen, VA-Materialien, hochlegierten Stählen, Titanlegierungen sowie Weichenmetallen, zum Beispiel Aluminium. Er kann zum Bearbeiten und Entfernen von Lacken und Flugrost genauso eingesetzt werden wie zum Reinigen von Holz und Holzflächen. Speziell zum Reinigen von Kehlnähten eignet sich die Kehlnahtscheibe CleanRunner. Sie ist ideal zum Reinigen und Polieren und kann ohne teuren Kehlnahtschleifer eingesetzt werden. Das Resultat sind saubere und glatte Oberflächen, die schon fast einen Poliereffekt ergeben. Perfekte Oberflächen mit dem Schleif- und Polierfliesteller Spektro und der Kehlnahtscheibe CleanRunner von Technolith, Ihren Werkstatt-Experten und Vollsortimenter. Technolith Technolith Technolith